Tudu! Hast du genug Nahrung dabei? Fragus, wie lange kann ich da noch mit dran überleben? Ich hab noch mal Brot gemacht, kein Problem. Dann läuft einer grad ins Portal rein! EC? Das machen die manchmal, die kommen sogar auf der anderen Seite an. Jaja, das weiß ich, das hab ich auch mal früher gemacht. Hier, hier. Einfach Gold geben. Und dann schottet sich das so an. Und dann gibt er dir ein random item. Bist du fertig mit gucken? Boah, du hast scheiße bekommen, oder? Wow. Und hier unten drin, wo ich Cobbisdon habe, dann einfach hier runter und dann quasi hier schon. Das sind die Steine. Dieses schwarze oder dieses glühende? Das schwarze, das glühende, das können wir auch machen, damit können wir Wasseraufzüge machen. Warte, ich geh mal auf ähnliche Höhe. Oh! Ich kann das mit Eisen auch abbauen. Wieso hab ich gesagt, du brauchst die Ammon-Spieze. Das sind vielleicht normale Blöcke. Ich hoffe, das ist nicht das falsche. Was steht denn da? Schwarzstein. Schwarzstein. Das ist das falsche. Ey, wo bist du denn jetzt? Mein Leben riskieren. Das übliche also. Oh, mein Leben riskieren. Ja, das übliche. Geh nicht in das Loch rein, was ich hier gegraben hab. Und siehst du die Viecher da hinten? Die Viecher? Auf der Lava, die manchmal da rumlaufen. Da kannst du drauf reiten. Was? Das sind quasi Lava-Läufer. Egal wie tief die Lava ist, die kommen da durch. Und du? Ich dann auch. Reven die anderen? Nö. Das sind friedliche Mobs. Hast du dir den Weg bis jetzt gemerkt? Ja, kein Problem. Einfach zum Kies-Penis. Wo bist du denn wohl lang gegangen? Ich bin... Ich versuch grad hier den Gas zu töten, aber... Ich hab keinen Bogen. Oh Gott, hier ist Seelensand. Fuck. Fuck. Hast du ein Schwert? Jaja, hab ich. Du kannst die Perlen von denen einfach zurückwerfen. Doch Gott, bei mir sind die Lades. Fuck. Same. Nee, den werd ich nicht töten. Der wird mich töten. Oh, da ist ein Zweiter. Oh nee, ich hasse diese Viecher. Als ob das Enderman mich jetzt bis hierhin gesehen hat. Ich hab nicht mehr in seine Richtung geguckt. Der hat ein Item von mir kaputt gemacht. Ich hoffe nicht den Eisenhelm. Äh, Goldhelm. Dreimal darfst du raten, was er kaputt gemacht hat. Den Goldhelm? Ja. Ey, erzähl dich. Du bist über mir. Was? Du bist über mir. Einmal noch und ich sterbe. Was denn? Was? Einmal noch. Halbes Lämm. Halbes Lämm. Ähm. Ja. Der Typ mit der Armbrust ist schon hinter dir her. Ach. Was? Ja. Komm, schnell hier lang, hier lang. Schnell, 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 schnell. Dabei. Oh fuck. Nein. Ja, nein. Obwohl, ne, da sind noch ein paar Überrasse von dir. Was ist denn da jetzt aber? Ja, auf mich. Ich dachte du bist tot. Ja, ich bin grad wieder hier reingerannt. Ne, die erschießen das Mammut. Ja, natürlich. Die, die, die Typ ist wieder da, Simon. Ich bin nicht irgendwie geistig behindert oder so? Oh Gott, der Gas kommt. Alter, der Typ mit der Rüstung ist wieder hier. Er hat's geschafft. Okay, ich bin da. Wo? Bist du hier? Ja. Komm gleich. Nun, du bist gefickt, weil kurz hinter dir schon wieder her ist. Oh. Der Armbrust. Dann bleib mal da stehen, wo du grade warst. Wo du Items aufgesammelt hast. Ich bin schon woanders. Ich guck grad den Zombieschwein zu, wie sie tanzen. Komm, ich seh dich. Komm hierhin. Komm hierhin. Hey, wo? Hier auf dem Baum. Bist du über mir oder unter mir? Hier. Hier. Das war ein Block. Ne, das war nur ein Block von der Lava, aber entfernt. Guck, guck. Hier könnt ihr mich nicht mehr... Ey, das war... Dieses Spiel. Es kostet unsere Nerven einfach. Das Lustige war grad... ... Was ist denn? Don't look behind you. Was ist denn da? Da ist nichts. Was hast du? Da ist nichts. Was ist denn da? Soll ich dich gleich hoch? Oh, nein. Ich könnte den Kill dich. Easy Kill. 1-0 Loser. Boah, wir sind so schlecht. Ach, wie kommst du da rauf? Ich weiß nicht. Das sagt mir irgendwas. Einfach nee. Ich such mal nach Diamanten hier unten. Mann, ich muss einkaufen. Wovor muss ich jetzt hin? Hier unten ist ein Pferd, du schubst das in die Lava. Nein, das ist mein Pferd. Da steht nicht der Name drauf. Du dreckig sauf ich bei mich um. Ich mich auch. Nein, 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 nein. Bist du jetzt in der Overworld? Ja. Geh in Richtung 630 und minus 400. In Richtung des Steinpenis, okay? Nein! Nein! Du dreckige Hunde. Das hab ich doch nichts gemacht. Okay, 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 jetzt lass ich doch nochmal. Ich will immer noch diese Rollen machen. Ich will noch das wach. Joil! Ich hab dir inge Wunsched. Oh nein! Alter! Das waren doch meine Items! Was für! Dein Zombie- Achso, du hast selber rausgezogen. Stimmt ja. Hm. Wenn ich dich in die Lava schubsen muss, ist es mir scheißegal. Der ist kaum diese PvP-Kombos. Ich habe keine richtige Waffe, was soll das? Was für? Ich benutze die scheiß Waffe, was willst du? Komm, jetzt gib mir meine Items zurück. Ich habe lange für die gemaut. Okay, okay. Lass mich die eben da packen. Ich sehe doch schon, wie du kommst. Ich tue nichts. Ich habe Angst. Du hast mich so bedrohlich angeguckt. Wie kann dieses Gesicht bedrohlich sein? Schon wieder? Du machst es schon wieder? Jetzt hör auf. Junge! Das bist du so ein GTA-Pro-Reune, Alter. Du hast mich in Minecraft getötet. Ich habe dich bis jetzt nicht einmal getrinkt. Du hattest du Pferd. Oh, ein Herz. Ein Herz. Ich habe nur Hose. Okay, den Rest hast du behalten. Gib mein Items schwer zurück, Männer. Du vollidiot. Wie fühlt sich das an? Ein Stück Scheiße. Ich hatte so viel Gold. Was ist passiert? Ich hatte vier, sechs Gold-Klumpen. Ja, was ist passiert? Du hast das Spiel gewandt. Ja, aber das wird doch gespeichert, hoffe ich. Nein, das ist halt nichts. Weh. Dann halt in der zweiten Folge. Ja, was für zweite Folge. Diesen Scheiß, let's play. Das kann nicht sein. Ach, würdest du davon auch YouTube-Videos machen? Ja, wir machen das so. How to be. Don't sterben in Minecraft. Zu spät. Zu spät.